Doch haben Sie zum Beispiel mit 18 Jahren die sogenannte Matura, die Reife. Und warum haben Sie das mit 18 und nicht mit 16? Eine Frage. Und eine andere ist dann die Tragweite von diesen Beschlüssen. Glaube ich, ein bisschen mehr zu sehen, wenn man später Kinder hat oder Enkel hat. Und zu sagen, dass man das länger leben muss, was entschieden wurde und solche Sachen, muss ich sagen, man kann ja auch zurückblicken. Mich motiviert das sehr, meine Enkel zu sehen und bis am Schluss würde ich mich beteiligen für ihre gute Zukunft.